so hi und hallo mal wieder ich habe mir wieder eine neue gopro befestigung besorgt und zwar die so genannte rohr und stangen halterung und warum ich mir die jetzt besorgt habe das werde ich euch zeigen ich werde sie mal auspacken das ist die eigentliche halterung die dabei ist und das sind die beiden zusätzlichen knicke die man ja immer wieder gebrauchen kann also ich habe mir die große ausführung besorgt weil die kann man auch auf motorräder oder karussells befestigen sie ist schön dick und stabil so man macht die gopro wie gehabt schön fest auf karussells aufsetzen schnell zusammendrücken zu machen und schon kann die fahrt beginnen ich hoffe ich konnte jetzt zeigen was hinter dieser halterung steckt also dann wie immer bis denn guckt hin und schaut zu